Der Geist der Erde Der Geist der Erde, das Bewusstsein der Erde, es lebt in der Seele der Pflanzen, in den Mineralien, in den Tieren und in den Menschen. Wir sind tief verbunden mit dem Reich der Natur. Es nährt uns, es trägt uns und es erfüllt unser Leben. Der Geist der Erde erschafft und belebt alles, was in der Natur des Planeten zu finden ist. Der Geist der Erde und der Geist des Menschen brauchen einander. Können wir uns öffnen für das Bewusstsein der Erde? Können wir mit ihm zusammenwirken für die Zukunft des Lebens und Werdens auf der Erde? Der Geist der Erde, ein Symposium der Stiftung Rosenkreuz, am 12. und 13. September 2015, in Bad Münder, Landkreis Hameln.